Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln, Bundesliga 2023-2024, 11. Spieltag, VfL Borum gegen RCFC Köln, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, VfL Borum, Haimann, Ramboa, Wachwig, Scholtenbeck, Renanow, Osin Wachke, Taschnerch, Sügerch, Assonaou, Tawarczok, Hoffmann. Startelf, RCFC Köln, Schwebe, Kastinsen, Hübers, Schabot, Heinz, Martell, Kainz, Waldenschmied, Uth, Maina, Selke. Das war's von VfL Borum gegen RCFC Köln, 16.48 Uhr.